Ja, so. Und zwar ein Thermosbecher von der Firma Contigo und da ist es der Contigo Westloop und der macht eine Sache ziemlich gut und zwar Sachen heiß oder kalt halten. Contoso? Ist das nicht diese Microsoft Nummer? Nein, auch nicht Cortana. Dieser Becher hat ein paar Vorteile. A, er hält Sachen sehr lange warm oder kalt und zwar wirklich lange. Also er hält ein paar Stunden wirklich heiß und dann wird es halt langsam lauwarm. Er bleibt außen immer in derselben Temperatur, also doppelwandig, so wie sich das gehört. So, und was an dem Ding noch besonders ist, ich möchte das kurz demonstrieren. Wer jetzt Video zuschaut, wird gleich sehen, dass ich hier Mineralwasser in meinen Becher reinschütte und was soll jetzt schon schief gehen? Mineralwasser, also Wasser und... Direkt neben dem MacBook. Genau, direkt neben dem MacBook. So, und jetzt hat dieser Contigo einen Deckel mit einem speziellen Verschluss drin, den man auch rausklappen kann, der nur aufgeht, wenn man vorne auf einen Knopf drückt. Ich drücke also auf einen Knopf und jetzt kann ich aus diesem Becher hier aus der Trinköffnung raustrinken. Wenn ich, sobald ich den Deckel loslasse, ist dieses Ding zu. Und zwar so zu, dass ich den ohne mit der Wimper zu zucken über meinem MacBook Pro wiederholt auskippe. Also den kannst du so in der Rum, also kopfüber in die Tasche stecken und es passiert nichts. Und wenn man jetzt Angst hat, oh, wenn ich mir den in die Tasche stecke, könnte natürlich sein, dass da irgendwas draufdrückt, gibt es da noch so ein Schalterchen. Knack. So, fast so schöner Ton wie der Jira Flächenschalter. Und jetzt kann man den Knopf auch nicht mehr drücken. Das heißt, da ist er auch hundertprozentig an der Stelle auslaufsicher. Also es ist unmöglich, aus diesem Ding Wasser rauszubekommen, wenn der versiegelt ist. Also da drückt von innen dann ein Arm gegen den Auslass. Also da kommt einfach nichts raus. Und sonst auch der Schraub. Wenn du schon getrunken hast, ist da noch so ein Tropfen in der Öffnung drin? Nee. Auch nicht? Nee, ein Tropfen ist hier oben an der Öffnung dran, aber es ist wirklich ein Tropfen. Der tropft auch einfach nicht. Also weil der Verschluss ist wirklich, du siehst da, wie der auf und zu geht an der Stelle. Also der ist wirklich, der ist direkt am Auslass. Also alles, was am Wasser noch übrig bleibt, ist wirklich dann an der, wirklich da, wo du halt mit dem Mund da dran gewesen bist. So, einer der Nachteile ist, das Zeug bleibt glühend heiß. Das heißt, wenn du da in der Früh Tee oder Kaffee reinmachst und dann eine Viertelstunde sagst, jetzt nimmst du mal einen Schluck, dann brennst du dir erstmal so sauber die Zunge, weil das Zeug echt heiß bleibt. So, das ist erstmal sehr, sehr schön. Das Ding kostet irgendwie 30 Euro. Es gibt es auch billiger, je nachdem, welchen Lack man nimmt. Wenn du welchen mit Lack nimmst, darfst du halt auf keinen Fall anfassen, weil der Lack sonst so voll abplatzt. Das ist immer sehr schön bei Amazon, wenn du die Größe auswählen sollst. 0,47 Liter oder 470 Milliliter. Da muss man sich halt entscheiden. Ja, bin ich mir nicht ganz, ganz sicher. So, und was es zu diesem Ding noch gibt, was ich sehr, sehr praktisch finde, ist, wenn man sich jetzt gerne mal einen Tee macht, so einen losen Tee macht, in irgendeiner Form, gibt es dazu, dass das Tee-Ei, das gar kein Ei ist, ich weiß, das heißt sicher irgendwie anders, dieses Tee-Ei kann man aufschrauben, also es ist halt einfach so ein Stahlkorb, den kann man aufschrauben, mit Löchern drin, da macht man jetzt irgendwie einen Teelöffel Tee rein oder wie je nachdem und dieses Ding kann man in den Deckel einklinken, dann mache ich mir heißes Wasser da rein, schraube den da rein, lasse es ziehen, nehme das am Schluss, wenn ich fertig bin, wieder raus, da ist dann so eine Kappe dabei, in die Kappe kann ich das Ding wieder einklicken und nehme es dann wieder raus und jetzt habe ich meinen gebrühten Tee in diesem relativ dichten Teesieb, normalerweise ist jetzt hier auch kein Wasser mehr drin, weil ich lasse den kurz abtropfen und was ich meistens halt mache, ich habe halt irgendwie einen Grüntee dabei, einen Oolong-Tee, den kannst du auch zwei, dreimal brühen, ich nehme dieses Ding dann auch in der Tasche einfach mit ins Büro und brühe mir den halt dann noch ein, zwei Mal und so weit, so gut und das in der Kombination finde ich sehr, sehr schön. Das heißt Tee-Ei. Das heißt tatsächlich Tee-Ei. Kostet 16 Euro und hier sieht man das nochmal. Also es ist tatsächlich in der Kombination ein sehr, sehr, sehr gutes Produkt, das ich wie gesagt schon sehr lange benutze, gerade in den Winterzeiten fast täglich und auch im Sommer, wenn ich da ein paar Eiswürfel reinwerfe und irgendwie Wasser draufschmeiße, bleibt es halt auch über den ganzen Tag zumindest kühl und das finde ich voll gut und für das Geld absolut zu empfehlen. Wenn man einfach den Blanken einfach nur Stainless Steel nimmt, der ist glaube ich auch der billigste. Da sieht man halt nicht so, dass irgendwen irgendwie Kratzer draufkommt, bei den lackierten oder pulverbeschichteten, je nachdem, das wetzt sich schon ab, also der hat ganz schnell Used Look dann. Hat aber nur 470 Milliliter, das ist ja nicht die empfohlene Koffeindose von 500. Das ist allerdings richtig. Ja, okay. Aber man kann eben das einfach zweimal oder kippt das in die Bits und so Tasse und macht sich nochmal einen Schuss Wasser als Americano drauf. Das ist ein cooler Tipp. Ich mag solche Tipps. Ich mag dieses Ding. Gut. Wir linken das in den Shownotes. Wenn ihr das über unsere Links bestellt, dann geht ein kleiner Prozentset von dem Kaufpreis an Bits und so. Basti kriegt nochmal ein bisschen Wasser. Skoll! Und ja, ich habe gelesen, irgendwas wäre bei Amazon, bei manchen Artikeln steht jetzt Prime dran, du kriegst es aber nicht von Amazon, sondern von seltsamen Larifari-Händlern. Hatte ich vorgestern. Und das ist nicht so gut. War in dem Fall tatsächlich egal, weil es super schnell kam. Nachteil war, dass die Post sich gedacht hat, ah, der wollte es sicher in die Parkstation haben, beliebt man es mal in die Filiale, man weiß ja nicht so genau. Und hatte ja dann erst in den nächsten, nach sechs Tagen wieder Zeit, in die Filiale zu gehen, weil sie haben mir nämlich auch keine Benachrichtigung geschickt. Sondern ich habe dann bei Amazon gesehen, das ist immer noch nicht da, was ist denn hier los? Ich habe im Tracking gesehen, äh, liegt in der Filiale. Wollte ich sagen. Ähm, ja, das ist ein bisschen doof. Was auch schön ist, wenn da ein Prime dran steht, man das bestellt und das dann am nächsten Tag nicht kommt und man sich dann wundert, wo es ist und dann steht da, kommt nächsten Montag und dann schreibst du den Amazon-Support und sagst, äh, Leute, da stand dran, Prime kommt morgen oder spätestens übermorgen. Ja, kommt aus UK. Ich so, ja, wie kommt aus UK? Ja, kommt aus UK, deswegen dauert es länger. Ich so, könnt ihr mir das nicht im Bestellprozess sagen? Dann sagt die so, hm, aber sie könnten es ja jetzt nochmal stornieren und dann mit Amazon, ähm, wie heißt es, Langstrecken-Express neu bestellen und dann haben sie das auch morgen. Dann sage ich zu ihr, ähm, ja, könnte ich machen. Ich habe die Option, Amazon Langstrecken-Express aber gar nicht. Ich habe die aber. Ich so, ja, das ist sehr schön für sie. Sie können es ja für mich bestellen. Ich habe sie nicht, ich kann es nicht bestellen. Ja, wieso können sie das nicht, wieso haben sie die nicht? Ich so, bin ich der Amazon-Support oder sie? Ja, hm, hm, dann liegt das vielleicht an ihrem Standort. Ist das eine Firmenadresse, wo sie hinliefern? Nee, ist eine Privatadresse. Ja, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, das kann man trotzdem am nächsten Tag statt am Montag erst, aber da habe ich mich dann sehr geärgert. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist eBay Plus. Kann mir das jemand erklären? Das ist wie Amazon Prime für Leute, die noch bei eBay einkaufen. Wieso würde ich das nehmen? Also ich habe jetzt so Artikel... Ganz kostenlos zurückschicken, immer. Also ich habe jetzt so Artikel gesehen, die ich vielleicht hätte kaufen wollen, da stand dran eBay Plus. Ja. Aber da gab es gar keine Option, die ohne eBay Plus zu kaufen. Weil er möchte mir eigentlich lieber ein eBay Plus Abo verkaufen, bevor er mir anbietet, einfach den Versand zu bezahlen. Das weiß ich nicht. Also ich hatte... Und dann habe ich mich dafür entschieden, das einfach überhaupt nicht bei eBay zu kaufen. Das ist generell eh die beste Idee von allen. Weil es stinkt. eBay, AliExpress und Banggood. Ja. Da gibt es die besten Sachen. Definitiv. Definitiv. Ja, es ist schwierig. Gut. Also das erschließt sich mir nicht so ganz. Aber gut, vielleicht kaufe ich da auch die falschen Sachen ein. Das ist... Also es ist eine ganz, ganz komische Sache. Ich weiß gar nicht, was ich geguckt habe. Ich glaube sowas wie irgendwie Motoröl oder so. Irgendwas komisches. Ich habe irgendwie einen Absurdenden Adapter gekauft bei eBay. Egal. Gut. Also Tee, Kocher, Dingsbums und Tee, keine. Ja. Sehr gut.